Hallo, mein Name ist Karin. Ich bin der Bernhard. Und wir waren seit einiger Zeit schon auf der Suche nach einer passenden Eigentumswohnung in Wien. Dank Remax und Herrn Erstic haben wir endlich unseren Traum bekommen. Und unser Rat an alle Suchenden ist, man soll sich nicht entmutigen lassen. Am Ende zahlt sich einfach Beharrlichkeit aus. Und Herr Erstic ist wirklich ein Makler mit Herz und ist uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und dafür möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken. Genau, so ist es. Herr Erstic hat sich da wirklich ausgezeichnet, will ich sagen, durch seine Freundlichkeit, durch auch das als Doppelmakler auftritt und sowohl die Abgeberseite als auch uns als Käufer, potenzielle Käufer vertritt, auf unsere Anliegen eingeht, unseren Schmerzteil versteht, wenn wir da quasi händeringend etwas haben wollen. Und er hat sein Bestes gegeben, unseren Traum wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.